Freitag, 27. Januar 2023 Meine Kinder, bewahrt Honig und Samen, sowie Mandeln, Nüsse, Erdnüsse und Lebensmittel auf. Botschaft der heiligsten Jungfrau Maria an Luste Maria Geliebte Kinder meines Herzens, Ihr seid gesegnet von mir. Als Mutter möchte ich, dass niemand verloren geht, ich möchte euch vor meinen göttlichen Sohn führen. Ich komme, um euch aufzurufen, wachsam zu sein angesichts der Veränderungen, die von den Mächtigen geplant sind, damit die ganze Menschheit im Einklang in den Abgrund stürzt. Die endgültigen Veränderungen kommen für die ganze Menschheit, dies ist die Zeit, in der sich meine Kinder vorbereiten müssen. Sie werden wieder zur Arbeit aus den Häusern ausgesandt, und die für das Überleben der Völker notwendigen Tätigkeiten fallen. Die Mächte des Bösen peitschen gegen euch, deshalb habe ich euch aufgerufen, euch geistig zu stärken angesichts solch starker Ereignisse, denen ihr gegenüberstehen werdet. Einige meiner Kinder werden zu meinem Sohn zurückkehren. Geliebte Kinder, die Unterdrückung, der ihr gegenüberstehen werdet, wird durch festen Glauben überwunden werden. Es ist die Pflicht eines jeden, durch die göttliche Barmherzigkeit im Glauben zu wachsen, auch wenn das Warten lange gedauert hat, vergleiche 1. Korinther 16,13. Kinder, die Folgen des gegenwärtigen Streits weiten sich aus, je mehr Länder sich zusammenschließen, und der Streit kommt zu dem Punkt, an dem die menschliche Kreatur die fatale Entscheidung trifft, Atomenergie zu nutzen. Verwüstungen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Die Unschuldigen werden leiden und der heilige Michael und seine Legionen werden sie mitnehmen. Die ganze Menschheit wird die Bitterkeit des Fortschritts der missbrauchten Technologie schmecken. Die Zeit ist zum Leiden, so viele Almanache sind für die menschliche Kreatur vergangen, die auf die Erfüllung meiner Offenbarungen wartet. Die Zeit ist jetzt. Die Aufrufe werden zum Stillstand kommen, nicht weil der göttliche Wille es anordnet, sondern weil sie nicht die Mittel haben, um die Menschheit zu erreichen. Ich lade euch ein, sie zu Papier zu bringen. Die Sonne wirkt weiterhin auf die Erde ein und der Mensch bemerkt die Störungen des Erdkerns nicht, 1. Fürchtet euch nicht Kinder, diese Königin und Mutter der Endzeit wacht ständig über euch. Geliebte meines Sohnes, bewahrt ein Kruzifix auf. Bewahrt ein Bild von mir mit der Anrufung auf, die jeder von euch wünscht. Bewahrt Gebetsbücher auf. Diejenigen, die keine Kerzen besitzen, die am Tag der Darstellung meines Sohnes im Tempelstern gesegnet wurden, in dem gleichzeitig meine Anrufung der Mutter Gottes von Candelaria-Stern gefeiert wird, nehmen sie, um gesegnet zu werden. Nicht weil es bereits die drei Tage der Finsternis sind, sondern weil sie einen besonderen Segen für die notwendigen Momente erhalten. Meine Kinder, lagert Honig und Samen, sowie Mandeln, Nüsse, Erdnüsse und Lebensmittel. Kinder, die Natur ist mit größerer Kraft präsent, das menschliche Geschöpf wird sich nirgendwo sicher fühlen. Die Kirche meines Sohnes ist krank, weil ihr die Liebe zu meinem Sohn fehlt. Der göttliche Wille wird sich in der Kirche erfüllen, nicht ohne sie vorher zu läutern, nach großen Prüfungen. Ihr treuen Kinder, bleibt im Glauben, ihr werdet nicht aufgegeben werden. Mein göttlicher Wille wird sich durchsetzen, die heilige Eucharistie wird immer bleiben. Geliebte Kinder, ein himmlischer Körper nähert sich der Erde, er macht sich auf der Erde bemerkbar, indem er sie verändert. Habt keine Angst, ich bleibe darüber wachsam, seid vorausschauend. Der heilige Erzengel Michael und seine himmlischen Legionen verteidigen euch in dieser Zeit. Geliebte Kinder meines göttlichen Sohnes, der Teufel hat die Zerstörung der Familien im Visier. Betet den heiligen Rosenkranz in den Häusern, wenn ihr allein beten müsst, betet allein im Haus. Unerlässlich ist es, mit dem Herzen zu beten. Seid Geschöpfe des Guten, seid liebende Kinder meines göttlichen Sohnes und leistet Wiedergutmachung für diejenigen, die euch beleidigen. Betet für diejenigen, die nicht beten und gegen die Kirche meines Sohnes hetzen. Geht weiter auf dem Weg, haltet nicht inne und seid meinem göttlichen Sohn treu. Empfangt meinen Segen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mama Maria Ave Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen Ave Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen Ave Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen 1. Zur Sonnenaktivität, Lies Stern der Festtag ist am 2. Februar Kommentar von Luz de Maria Unser Herr Jesus Christus, 18.01.2022 Sie leben die Reinigung und die Natur wird aufgewühlt. Die Elemente werden aufgewühlt, indem sie einige Sonneneruptionen empfangen, die den Magnetismus der Erde verändern, sodass die Kommunikation beeinträchtigt wird und tektonische Verwerfungen aktiviert werden. Der menschliche Körper wird verändert, indem er etwas aufnimmt, was sein Organismus nicht normal verarbeiten kann Die heilige Jungfrau Maria, 16.12.2022 Der Erdkern wird vor dem Magnetismus eines Himmelskörpers beeinflusst, der sich der Erde nähert. Europa wird diese Zeit mit extremen Schneefällen und einer bisher nicht gekannten Kälte durchleben. Amerika wird eine Veränderung des Klimas erleben, die Temperaturen werden fallen und sich kalt anfühlen, aber nicht extrem. Die heilige Jungfrau Maria, 29.03.2022 Die Tiere, die die Erde bewohnen, verlieren ihren Orientierungssinn, sie werfen sich vor dem Beben der Erde in ihren Eingeweiden an die Oberfläche, und der Mensch lässt alles ohne einen Augenblick des Nachdenkens vorüberziehen. Die vomitosen Die Untertitelung des ZDF, 2020